Ihr hattet neulich auch Louis Figge und Jordan Barnes zu Gast. Vielleicht kannst du da kurz noch was zu erzählen. Warum und was habt ihr da gemacht? Da haben wir Videos gedreht, weil wir genau dieses Thema ein bisschen ausarbeiten wollen. Was passiert mit der Karriere? Wie plant man eine Karriere? Weil es eben nicht nur den Leistungssport gibt und gerade hier im Basketball und jetzt auch natürlich hier in der zweiten Liga muss man auch daran denken, was kommt danach? Was hat man da so für Gedanken? Und das sind interessante Geschichten und Storys, die wir gerne mit unseren Usern, Kandidaten teilen möchten. Das kommt demnächst auf YouTube, richtig? Das kommt auf YouTube. Genau. Sie haben schon ein paar Ausschnitte gesehen heute in den Timeouts. Das heißt, jetzt schon mal den Kanal von Jobstaires abonnieren auf YouTube und dann auf jeden Fall die Interviews von Louis und von Jordan verfolgen. Die werden da dann demnächst hochgeladen. Ich sage vielen Dank an dich Ingolf. Weiterhin viel Spaß beim Spiel und vielen Dank, dass ihr euch so engagiert hier bei den Jobstaires Gießen 46.